In meiner Vorlesungseinheit über Demokratieverständnis und digitale Revolution im historischen und gegenwärtigen Kontext werde ich Ihnen folgende Bereiche kurz präsentieren. Ich beginne mit einer Bestandsaufnahme der Entwicklung der parlamentarischen Demokratie im globalen und europäischen Kontext, gehe dann weiter in Richtung von Meinungsumfragen, die ich selbst in Europa initiiert habe seit ungefähr 2015 und gehe dann weiter auch in konkrete Beispiele, wie es möglich ist, autoritäre bis hin zu totalitären Entwicklungen so zu steuern und zu regulieren, dass sie positiv gedreht werden können und eigentlich letzten Endes dann die parlamentarische Demokratie doch gestärkt wird. Ich beginne mit einem Status Quo-Bericht. Wenn wir uns die sogenannten Democracy-Indizes, hier gibt es mehrere, weltweit Ansehen, ist die parlamentarische Demokratie zum Unterschied der Periode seit den 1990er Jahren in der Gegenwart eher im Rückzug. Das heißt, wir haben weltweit einen Trend in Richtung autoritärer Regime, wo dann Demokratien bestenfalls als sogenannte illiberale Demokratien mit Scheinwahlen missbraucht und manipuliert werden, bis hin zu totalitären Regimen wie beispielsweise in China und durchaus auch massiv ansatzweise im heutigen Russland. Das Interessante ist, dass eben nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 bis 1991 wir alle geglaubt haben, also jetzt ist die parlamentarische Demokratie das einzige auch weltweit akzeptierte Entscheidungsmodell, das gebraucht wird, das akzeptiert wird. In der Realität hat sich sehr rasch gezeigt und das hängt auch mit der Turbo-Globalisierung zusammen, dass es sehr viele negative soziale Entwicklungen gibt. Die Einkommensschere geht weit auseinander zwischen einer kleinen Gruppe von vermögenden Menschen und vor allem vermögenden Unternehmen und eine immer größer werdende Gruppe, die hier abfällt bis hin also zur globalen Armut. Und aus diesem Prozess heraus gibt es einen sehr starken Trend in Richtung Lösungsversuche durch autoritäre Führer und autoritäre Entscheidungsstrukturen. Selbst im Bereich der Europäischen Union gibt es Entwicklungen, wenn wir Ungarn nehmen, mit einem sehr autoritären Premierminister Orban, der auch entsprechend versucht, die parlamentarische Demokratie in seinem Sinne auch zu manipulieren und auszunützen. Wenn wir nach Polen schauen, wie die Verfassungsgerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit an sich reduziert wird, manipuliert wird, also die Unabhängigkeit der Justiz und Rechtsprechung infrage gestellt wird, dann merken wir, dass auch in Europa die Demokratie in Gefahr ist und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Auch als eine Folge der Pandemie, auch der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 haben wir in den letzten zwei, drei Jahren auch gesehen, dass in der Gesellschaft Weltverschwörungstheorien immer stärker Akzeptanz bekommen. Das hängt natürlich mit der völlig neuen Kommunikationsform als Folge des Internets, auch der Entwicklung im Bereich Smartphone etc. zusammen. Also es ist heute möglich, dass Sie als Einzelperson sofort eine Plattform ins Netz stellen können und eigentlich mit der ganzen Welt, so es keine Zensurmaßnahmen gibt, kommunizieren können. Und Ihre Vorstellungen, Ihre Erklärungsversuche, warum es zum Beispiel zu dieser Pandemie kommt, ob Impfen jetzt sinnvoll ist oder nicht, können Sie sofort in die Welt hinaus kommunizieren und auch mit vielen Menschen darüber dann auch interaktiv in Kontakt bleiben. Das große Problem ist, dass als Folge eben der Turbo-Globalisierung und auch der negativen ökonomischen Folgen beispielsweise auch diverser Finanzkrisen die Menschen das Vertrauen in staatliche Institutionen auch in Argumente von öffentlichen Institutionen verloren haben und Zuflucht suchen in einfache Problemlösungen. Und wenn wir uns Umfragen ansehen und wir haben das seit der ersten Hälfte der 2000er Jahre getan, zuerst in Zentraleuropa, heute auch in Polen, Ungarn, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Tschechien, um herauszubekommen, was bewegt die Menschen. Und man merkt, dass viele Menschen, die ökonomische Probleme haben, die in ihrem Bildungsaufstieg nicht weiterkommen, gerne Zuflucht nehmen zu autoritären Führern und autoritären Botschaften, weil sie sich überfordert fühlen. Also ein wesentliches Mittel der Manipulation ist das Vorhandensein von Apathie, also der Vorstellung der Menschen, dass sie durch die Alltagsprobleme so überfordert sind, dass sie nicht mehr imstande sind, diese zu lösen. Und dann auf autoritäre Botschaften, auf autoritäre sogenannte Führer unter Anführungszeichen, hereinfallen, weil sie glauben, dass die die Probleme der Gegenwart für sie lösen können. Das haben wir also schon sehr früh, vor einigen Jahren, auch in Ungarn beispielsweise, festgestellt. Und das ist ein Element, diese politische Überforderung, Apathie, die sehr deutlich ist. Verbunden ist dieses autoritäre Phänomen als Folge auch der Turbo-Globalisierung, der Überforderung der Gesellschaften, auch des Rückzug des Staates aus sozialer Fürsorge mit dem Element gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also die Menschen versuchen Feindbilder zu finden, die erklären, warum es ihnen in der Gegenwart schlechter geht als zum Beispiel noch vor 10, 20 Jahren. Und das ist auch ein großes Problem. Häufig sind das Migranten, Flüchtlinge, Asylanten, die hier als Feindbild hochstilisiert werden. Und das Erklärungsmodell, warum es der Gesellschaft heute nicht so gut geht. Interessant ist auch, wenn wir zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland hernehmen, dass Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten ein unglaubliches Wirtschaftswachstum hingelegt hat mit riesigen auch Gewinnen für Staat und Gesellschaft und gleichzeitig aber bei der ersten Krisensituation, sei das Finanzkrise, sei das die Flüchtlingsdebatte um 2015, dass sich dann viele Menschen total überfordert und gefährdet sehen. Also man sieht das sehr deutlich, dass die gesellschaftlich-ökonomische, politische Realität entspricht nicht dem eigenen Empfinden. Und auch damit muss sich die Politik auseinandersetzen und hier eine Möglichkeit finden. Wir haben eine ganz rezente Umfrage gemacht, letztes Jahr 2022 im Dezember und haben auch schon 2019 eine Umfrage gemacht in vielen europäischen Staaten. Da sind große Länder dabei wie Deutschland, Frankreich, Italien, aber auch kleinere wie Österreich, Ungarn, Tschechien oder das große Polen. Und schon damals haben wir auch festgestellt, Ende 2019, also vor der Pandemie und der Debatte um Covid-19, dass es auch in Westeuropa, zum Beispiel in Frankreich und Italien einen großen Trend gibt in der Gesellschaft, eine starke Führungspersönlichkeit zu suchen. Oft bis zu 40 Prozent der Befragten in diesen Ländern, aber auch in Polen und Ungarn suchen einen zumindest semi-autoritären Führer, der also alle Probleme in den Griff bekommt und Ihnen hier aus der ökonomischen Krise oder aus der gefühlten wirtschaftlichen Krise und vor allem aus der Zukunftsangst zu helfen. Also das ist eine große Herausforderung für die Zukunft und für die Gesellschaft. Gibt es Möglichkeiten, diesen Trend in Richtung autoritärer Lösungsversuche der negativen Auswirkungen der Turbo-Globalisierung? Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Ich greife jetzt nur zwei Beispiele, die auch empirisch gut unterfüttert sind, heraus. Zwischen 2016 und 2019 gab es ein großes Projekt von amerikanischen Psychologinnen, vor allem auch getragen von einer jungen Forscherin, Frau Wu, die in China in einem Textilzentrum umgesetzt wurden, aber auch an der Princeton University. Der theoretische Hintergrund dieser Studien ist, wenn wir versuchen, zum Beispiel Unternehmen einmal in der Woche eine Art moderiertes Town Hall Meeting, also eine Diskussion unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abzuhalten, wo alle ihre Probleme offen artikulieren können, wo man gemeinsam Lösungsversuche über Schwierigkeiten im Unternehmen, aber auch im privaten Bereich zu finden. Wenn man das einmal in der Woche macht, so 20, 25 Minuten, eben unter einer geschulten Moderation, dann fördert das das Selbstbewusstsein. Es wird politische Apathie genauso reduziert wie die Suche nach autoritären Lösungen. Ja, das ist also die Ausgangsthese, die sich auf frühe Forschungen aus der Zwischenkriegszeit bezogen haben. Das, was dann wirklich herausgekommen ist, ist ein sehr spannendes Phänomen. Also es wurden in China, in Changsou, in einer großen Textilfabrik zwei Gruppen gebildet von Arbeiterinnen, es waren vor allem Textilarbeiterinnen. Eine Gruppe hat einmal in der Woche 20 Minuten autoritäre Befehlsausgabe serviert bekommen. Eine zweite Gruppe konnte unter der Anleitung und Moderation einer jungen chinesischen Psychologin die offen mit diskutieren, auch untereinander, wie können wir Probleme im Betrieb lösen, auch in unserem privaten und beruflichen Umfeld außerhalb der Fabrik oder im Familienleben. Und die zweite Gruppe hatte aber nur eine autoritäre Befehlsausgabe 20 Minuten einmal die Woche. Schon nach zwei, drei Monaten gab es wieder eine Meinungsumfrage. Man hat also zuerst die beiden Gruppen ausgetestet zu Beginn dieses Experiments auf ihre autoritären, antidemokratischen Einstellungen und dann nach diesen zwei bis drei Monaten noch einmal befragt. Und das interessante Ergebnis war, dass jene Gruppe, die offen diskutieren konnte, einmal in der Woche, die moderiert wurde, eine deutliche Reduktion der apathischen Einstellungen, der autoritären Einstellungen ausgewiesen hat. Also man zeigt hier doch auch mit empirisch validen Daten, dass es wichtig ist, einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, dass aufgrund auch der Diskussion, die natürlich dann auch mit Freunden, mit Kolleginnen am Arbeitsplatz fortgesetzt wird, ja löst sich diese Angst vor der Zukunft, diese Angst auch vor negativen Entwicklungen im beruflichen und privaten Umfeld deutlich besser auf, als wenn ich eine autoritäre Befehlsausgabe bekomme, was ich alles in dieser Woche im Betrieb unternehmen kann. Sie können sagen, ja, das hat in China funktioniert, warum soll das in einer Anführungszeichen westlichen Umgebung funktionieren. Und die Forschungsgruppe hat das Ganze auch an der Princeton University mit administrativem Personal wiederholt. Also dieselbe Vorgangsweise, zwei Meinungsumfragen über autoritäre, demokratische Einstellungen zu Beginn des Projekts und am Ende des Projekts, die Teilung des Samples der befragten Gruppe in eine Gruppe, die moderiert wurde, die diskutieren konnte, einmal die Woche 20 Minuten und dann auf der anderen Seite eine andere Gruppe, die das nicht tun konnte, sondern eine reine Befehlsausgabe bekommen hat, was sie alles in der Woche erledigen kann. Und dasselbe Ergebnis wie in China. Jene Gruppe, die in einer Form eines Townhall-Meetings offen diskutieren konnte, über Probleme am Arbeitsplatz, über Probleme in der Familie, in ihrem Umfeld, war eine Gruppe, die dann letzten Endes nach zwei, drei Monaten deutlich an Apathie, an autoritären Einstellungen verloren hat und die Demokratie, die das Demokratiebewusstsein ist, angestiegen. Also das ist sozusagen, glaube ich, ein wichtiges, positives Beispiel. Ein weiterer Punkt ist, dass es auch möglich sein muss, im Journalismus hier auch die digitale Welt mit professionellen Informationen gegen Fake News auch zu fluten, unter Anführungszeichen, wie das der österreichische Anchorman des ORF Armin Wolf einmal formuliert hat. Also die Wutmaschinen unter Anführungszeichen durch professionellen Journalismus in Frage zu stellen. Also ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe für den professionellen, unabhängigen Journalismus auf allen Ebenen, Printmedien, Internetjournalismus bis hin zum klassischen Fernsehen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Also nicht in den Elfenbeinturm zurückzuziehen, sondern die Herausforderung der digitalen Revolution durch auch eine Reihe von neuen Medienakteuren auch aufzunehmen und dagegen zu halten mit professioneller, gut recherchierter auch Information und Analyse. Der dritte und letzte Punkt, wie es möglich ist, diese komplexe, neue Welt, die die digitale Revolution uns im Kommunikationsbereich geschaffen hat, zu verregeln, in den Griff zu bekommen und so zu gestalten, dass sie unseren parlamentarischen, demokratischen Prozess nicht gefährdet. Geht sicher in die Richtung auch einer professionellen, digitalen Unterrichtsmethode. Hier gibt es jetzt in den letzten Jahren auch in Österreich gerade neu eingeführt schon erste Ansätze. Was hier ganz wichtig ist, da geht es nicht darum, Technologieunterricht zu erteilen, also wie funktioniert das Internet, wie das World Wide Web, wie die E-Mails etc., wie funktioniert KI, künstliche Intelligenz, sondern es geht eher darum, die jungen Menschen auch anzuleiten, wie können sie auch seriöse Informationen als Quellen kritisch hinterfragen. Was braucht man inhaltlich, um Fake News von Real News zu unterscheiden? Das ist ein schwieriger Prozess, der gar nicht so einfach ist, aber durchaus eigentlich ganz gut auch mitgegeben werden kann. Zunehmend gehen auch professionelle Journalisten und Journalistinnen in die Schulen und versuchen auch den jungen Menschen hier etwas mitzugeben, von einer professionellen Quellenrecherche, auch mit dem Ziel, eben Informationen zu hinterfragen, check, recheck, double check, also dass man immer Informationen auch mehrfach kritisch auf den Autor, auf die Quellenbasis, auf die Methode hinterfragen muss und hinterfragen soll. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung unseres Bildungswesens im 21. Jahrhundert. Es wird uns nur gelingen, die digitale Revolution wieder zurückzuführen zu ihren positiven Elementen, dass wir wesentlich mehr Information haben. Wir können Big Data ganz schnell recherchieren, hinterfragen. Wir können auch die Ökonomie neu erfinden, aber gleichzeitig ist das World Wide Web natürlich auch eine große politische Gefahr bis hin zur Manipulation auch der parlamentarischen Entscheidungsprozesse oder von Wahlen. Auch damit müssen wir uns intensiver als in der Vergangenheit auseinandersetzen. Und die größte Herausforderung ist die Frage der Regulierung und Kontrolle von künstlicher Intelligenz. Das ist etwas, was lange eigentlich nur auf Experten-Ebene diskutiert wurde, aber was uns vor ganz neue Herausforderungen stellt, auch im universitären Bereich. Also welche Prüfungsarbeit ist wirklich von Studierenden geschrieben? Welche hat irgendein Roboter zusammengebastelt und wurde dann einfach weitergereicht als Prüfungsarbeit, als Masterarbeit oder gar als Dissertation? Aber da sind wir auch, glaube ich, auf einem guten Weg. Es gibt erste Programme, man erkennt das noch relativ leicht, aber auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil natürlich auf der anderen Seite KI auch zum Beispiel ein Forschungsprojekt sehr positiv auch beeinflussen und tragen kann. Also gerade wenn ich mit Big Data arbeite, ist es schon ganz gut, wenn ich mich auch dieser Methode und dieses Tools der KI bedienen kann. Aber letzten Endes geht es darum, und da sind wir beim Finalpunkt, dass die digitale Revolution den Menschen weltweit nützen soll. Es soll ihnen sowohl die Arbeit als auch die Freizeit angenehmer machen. Es soll auch versuchen, die Einkommensunterschiede weltweit zu reduzieren. Und es zeigt sich sehr deutlich, wenn wir uns die Ursachen von autoritären Entwicklungen und totalitären Entwicklungen ansehen, je solidarischer und auch ökonomisch ausgeglichener eine Gesellschaft ist, umso eher ist sie bereit auch den nicht sehr leichten und oft aufwändigen Prozess einer parlamentarischen Demokratie, wo eben Gesetze ausgehandelt werden, wo auch Minderheiten berücksichtigt werden müssen und nicht einfach eine Mehrheit über den Rest der Gesellschaft drüberfahren kann. Dass man diesen Prozess auch positiv akzeptiert, das hat einen Hintergrund auch in einer Art solidarischen Gesellschaft. Die Nachkriegsgeschichte Europas seit 1945 hat das sehr positiv eigentlich gezeigt. Wenn wir uns das Europa der Zwischenkriegszeit ansehen, so haben wir nach einer kurzen demokratischen Welle sehr schnell die Entwicklung einer Reihe von autoritärer, faschistischer Regime wie 1922 in Italien und dann 1933 die Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland, was niemand eigentlich erwartet hat. Aber man sieht eben, das ist das Europa in einer großen ökonomischen Krise, nicht nur seit 1929, seit der Weltwirtschaftskrise, sondern auch als eine Folge des Ersten Weltkrieges unter Friedensverträge. Das heißt, wir brauchen auch in der Gegenwart nach wie vor das, was wir nach 1945 in Europa, in Westeuropa gesehen haben, eben den Versuch, den Aufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah neu zu konzipieren. Also die Gesellschaften auch besser in ein soziales Netz einzubinden und auch zu versuchen, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Und ich möchte meine Vorlesung mit einem sehr klugen Zitat des leider schon verstorbenen deutschen und britischen Soziologen und Europapolitikers Ralf Dandorf beschließen, der schon in den 90er Jahren davor gewarnt hat, dass die Turbo-Globalisierung, wenn wir die solidarische Basis des Aufstiegs Europas nach 1945 vernachlässigen, dass Europa Gefahr läuft, in ein autoritäres Jahrhundert abzugleiten. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen wir. Wir können das mit den Mitteln der digitalen Revolution bewältigen, wenn wir sie aber auch gestalten und kontrollieren. Vielen Dank. Vielen Dank.